Ich, Rechtsanwalt Felix Bielmeier, bin Ihr Ansprechpartner für Familienrecht, Erbrecht und für Fragen des allgemeinen Zivilrechts. Als Teil der Anwaltskanzlei Dr. Freitag und Kollegen in Ludwigsburg berate und vertrete ich Sie bei der Scheidung Ihrer Ehe, bei der Auseinandersetzung einer Erbengemeinschaft sowie der Geltendmachung oder Abwehr von Pflichtteilansprüchen und in allen sonstigen Familien- und erbrechtlichen Angelegenheiten. Meinen Beruf betreibe ich mit Engagement, Fleiß und Beharrlichkeit, um für meine Mandanten die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Ich freue mich auf Ihre Anfrage.